Und jetzt fliegen wir ein bisschen rum. Weiß ich doch fliegen, ja? Ich muss erst die Einführungsmission machen. Willkommen in der Community der Freestyler. Ich bin Sophia und ich trete gegen dich an. Aber das Fliegen könnte schon so toll, also. Wenn du rein willst, kein Problem. Das war bei mir, bist du jetzt auch nur Freestyle? Arbeite die Tricks auf der Liste in der richtigen Reihenfolge ab und greif dir dabei ein E-Titel. Ich weiß gar nicht, ob da was anderes geht. Benutze sie und du verlierst. Überbiete meine Punktzahl und du bist drin. Was ich wirklich drauf habe, zeige ich dir später. Was steht eigentlich hinter dir an der Tafte? Fupp. Und? Kello ist doof. Du bist ja gemein. Jetzt muss ich Tricks machen. Zieh den Flieger gerade und wähle links oder rechts. Bewege den Knüppel in diese Richtung, bis die Rolle abgeschlossen ist. Ah, sehr schön. Oh, ist mit Treitsch oder Hologapier? Zeit für ein Luftdrift. Drücke das linke oder rechte Ruder lange genug durch und du kriegst den Dreh raus. Ach, das ist ein Luftdrift? Okay. Der Messerflug hat's in sich. Richte dein Flugzeug mit einem Flügel nach unten aus. Dann schaffst du's. Versuche ein Looping. Zieh den Knüppel nach hinten, bis du 360 Grad geschafft hast. Aber ich seh hier gerade Solarius ganz weit weg. 22 Kilometer. Jetzt der Tiefflug. Rate mal, was das bedeutet. Äh, tief zu fliegen? Pass jedenfalls auf, dass du die Baumwipfel nur streichelst. Sonst kriegst du einen Crashkurs im Auf-dem-Kopf-Landen. Das war echt super. Guter Flug. Okay, geh zu meinem Partner Emmett an der Bahn. Dann können wir die Sache wirklich ins Rollen bringen. Der, 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 der. Warum ist das, äh, für Flugzeuge, das ein Elefant? Ich bin Emmett. Und du musst das neue... Ich stehe gerade, wo ist es schon wieder drunter? Ach, da ist ein Mammut. Ein Scheiß. Mal sehen, ob sie sich mit Leuten so gut ausgehen, wie mit Flugzeug glitzen lassen. Und mit Autos. Und mit... Hm. Ach, egal. Du verstehst das schon. Nun, worum es hier an diesem Ort geht, das ist schwer zu beschreiben. Siehst du die Leute? Sie sind hart, sie arbeiten hart und kommen irgendwie klar. Solange du das nicht verinnerlicht hast, gehörst du nicht hierher. Aber hey, Sophia bürgt für dich. Also musst du gut sein. Sie und ich haben übrigens etwas für dich unten im Laden. Da hinten. Da kannst du dir neue Maschinen abholen, wenn du sie verdient hast. Aber... Wenn man sie für lau bekommt, sollte man lächeln. Vergiss nur nicht zu lächeln, wenn sie dich da oben fertig macht. In der Zwischenzeit solltest du rausfinden, was du tun willst. Es gibt keine Regeln, außer gib dein Bestes und hab Spaß. Ich hoffe, du befolgst sie. Es gibt keine Crashes. Chat regt sich schon auf, wie der Crash an der Brücke gerade war. Achso. Gratis Fahrzeug. Warum habt ihr eine Wasserboje hier stehen? Dieser Terroristen... Oh, es gibt auch Monster Truck Madness. Wahrscheinlich erst später, ne? In der Demo nicht. Oder Peter. Ja, ich meine nur, als Fahrzeug steht's halt hier. Erhalte ein Gratis-Flugzeug. Ach, wenn das in den Extremsport-Sachen wirklich so wäre. Ja. Du kommst mal hin, drehst ein bisschen und sagst einer, ey, hier, das Flugzeug ist für dich geschenkt. Weißt du was? Follower kriegt man ganz leicht. Du musst nur coole Sachen zeigen. Unter Brücken durchfliegen, driften oder Riesensprünge machen. Oh, unter der Brücke leben. Je mehr du davon aneinanderreißt, desto mehr Follower kommen. So, du Live-Karte. Wird Zeit für ne Aktivität. Da ist erst der Anfang deiner Karriere. Wir sehen uns beim Release, um neue Disziplinen, Events, Herausforderungen, Anpassungsmöglichkeiten und vieles mehr zu entdecken. Wie, bitte was? Aber ich hab doch noch gar nicht alles gesehen. Alles, du kannst doch nicht weiterschwimmen. Geh an die Grenzen. Ich, ich natürlich, klar. Einung an die Crew gesendet. Hallo? 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 Kommt ihr? Hallo? Klar, hier ist ein Alter. Ihr seht ja alle gleich aus. Benzin. Geh an die Grenzen. Los, fahr mal durch die Tür. Fahr mal durch die Tür. Was müssen wir hier machen? Äh, fliegen, ja. Oh, du da hast es 500 Punkte. Kein Problem. Ach so, jetzt sehe ich die Sachen erst. Mein Looping wird nicht gezählt. Du bist zu ängstlich. Riskiere mehr. Fliege näher am Boden. Du musst nicht, wenn du nicht willst. Sie will nur herausfinden, was du drauf hast. Ja, so ist es richtig. Volles Risiko. Äh, warum geht der Looping nicht? Du musst den Looping auch abbrechen. Ich kann ein paar Minuten lang in geringer Höhe auf dem Kopf fliegen. Vielleicht kannst du das eines Tages ja auch. Man weiß ja nie. Jetzt hat er gezählt. Ich fühle mich schlecht. Ich habe keiner, was ein Außen Looping ist. Mir hat das keiner hier erklärt. Hallo, bin nach vor. Ach so. Danke. Hey, der hat dir nicht gezählt. Betrug. Hauptsache, ich bin besser als Solarius und der andere. Komm, Dennis, mutigt was. Und die Populärsachen kann man noch nicht freischalten. Was wir tun, kann man am besten so erklären. Unsere Piloten sind verdammt gut. Aber manchmal verhalten sie sich wie ein Haufen schnodderiger Blagen. Die Art von Leuten, die eine Party in ihrer Schule... Nun, so sieht das unser Griesgram. Ich sehe es so. Wir können Dinge tun, die du noch nie gesehen hast. Weil wir Spaß haben. Gib uns einen Flieger und wir zeigen dir die fantastischsten Sachen. Ich glaube, ich habe nur 29 Follower bekommen. Du musst verstehen, was für eine unglaubliche Pilotin Sophia ist. Sie hat viele Rekorde aufgestellt und das ist einer davon. Vielleicht nicht der größte, aber immerhin ein Meilenstein. Und etwas, das du dir als Ziel setzen solltest. Ähm, 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 Solaeus hat das Event abgelehnt. Ja, ich habe gar nicht gesehen, dass eine Einladung da war. Äh, sorry, ich habe eine Einladung geschickt. Ich habe übrigens die Frage gestellt, man kann nicht diese nächste Populationsstufe, äh, Popul... Mein Gott, populäre Stufe freischalten, wie ich das richtig gesehen habe, ne? Nee, funktioniert nicht. Es ist nur Neuling, die Beta. Ja. Ja, alles klar. Dann weiß ich ja Bescheid. Du erhältst eine Liste von Stunts, die du zeigen musst. Bist du damit fertig, erhältst du die nächste. Liste erledigt. Jetzt zeig mal was. Zwischen den Listen erhältst du Zeit für Freestyle und um zu zeigen, was du wirklich drauf hast. Bei den Aerobatics musst du beidesperrschen. Der Leben im Spe해�ziet, wenn du dies Teilừngmpelstufe erstelltest, ist das Hermônimus, Ja, das Problem hatte ich auch schon. Es wird Zeit, deinen Stil zu zeigen. Freestyle ist angesagt. Die Bäume kommen aber nah. Das war ja klar. Das war ja klar. Und... Jetzt kannst du wieder loslegen. Betrug! Betrug! Hallo, ich habe noch eine 6er-Rolle gemacht. 150 mal 6. Trotzdem hat Hamatoru mehr gemacht. Tja. Vielleicht hat er 7 Rollen gemacht? Vielleicht... Keiner macht 7 Rollen. Das kann der menschliche Geist gar nicht wahrnehmen. Was haben wir jetzt noch als Aktivität? Pro Racing Prüfung. Das ist wahrscheinlich mit Boot fahren. Hört zu, Leute. Ich suche einen Fahrer. Wenn ihr was drauf habt im Wasser und in der Luft und unterm Steuer, um Letzteres kümmern wir uns später, dann seid ihr vielleicht die Richtigen für mein Team. Unterbietet die angegebene Zeit und ihr seid dabei. Versagt und... Nun, ich bin sicher, jemand anderes springt für euch ein. Alexis Kendrick Racing gibt sich nur mit Siegern ab. Ich bin Alexis. Ich weiß das. Geil! Alexis Sieger... Ne, Moment. Alexis Racing gibt sich nur mit Sieger ab. Ich bin Alexa. Ich weiß das. So als wenn sie sagt, ich weiß wer ich bin oder... Oh, diese Persönlichkeitsstörungen. Haut ab Fahrzeuge. Willst du nicht feinverwürdig rüber. Willst du nicht feinverwürdig rüber. Ähm... An den Chat... Falls du irgendjemanden kennst, der der Crew Beta-Zugang hat, der kann glaube ich bis zu drei oder vier Leute einladen noch zusätzlich. Also brauchst du nur einen Freund, der in der Beta ist. Ah, okay. Da scheitert es vielleicht schon bei manchen. Surrrrrr. Ach, das ist ja schön einfach. Auf dem Wasser sind ja noch weniger Hindernisse als auf Offroad oder sonst irgendwas. Ähm... Puf, bist du in der Beta? Spendierst du mir einen? Tut mir leid, ich bin nicht in der Beta. Ich weiß gar nicht, wie die Infs gehen. Muss mir Solarius dann sagen nachher. Ich konnte es auch noch nicht machen, weil den ganzen Tag die Seite down ist. Ach so. Dann kann ich es auch nicht machen wahrscheinlich, wenn die Seite down ist. Jedenfalls für den Moment. Wollt ihr Boot fahren? Das war gar nicht schlecht. Ich freue mich schon darauf, dich im Team zu haben. Gerne. Warum bin ich jetzt hier vor dem Flugzeug? Ach so, weil hier Air Race ist. Die Arbeit wird hart, aber die Ergebnisse siehst du auf der Straße, auf den Wellen und in der Luft. So. Das ist The Pit. Hier bereiten sich die Pro Racer vor. Ab jetzt darfst du auch hier sein. Glückwunsch. Das ist... Clarence Bishop. Der dritte... Bishop, er ist ein Android. Mach den fällig. Der ist der antrierende Champ. Reinster Rennadel. Sein Vater und Großvater waren auch Champions. Was... sein arrogantes Auftreten erklärt. Wenn du gewinnst, wird er darüber nicht glücklich sein. Warum sind eigentlich alle Menschen hier arrogant in dem Spiel? Er findet, nichts sollte sich ändern. Viele sehen das allerdings anders. Ich, ich glaube, wir brauchen ja ein Gleichgewicht. Aber mach dir doch selbst ein Bild. Ich glaube, er und die Asiatin machen ein... Interspeziesverfahren. Im Shop warte ein Powerboot mit deinem Namen auf dich. Und was ist das für eine Asiatin? Zieh dir mal rein die Körperstruktur. Und du wirst es brauchen. Den Rest davon kannst du später kaufen. Das nicht, Heißsporn. Noch nicht. Du musst zuerst ein paar Mal in den Kreis der Gewinner gelangen. Keine Frau auf der Welt hat den Körper. Ähm, natürlich ist das ein Unterschied. Die Animationen hier zu den Animationen. Detroit bekommen Human. Was auch damit zu tun hat, dass ja der Fokus hier nicht darauf ist, dass du irgendwelchen Figuren beim Rumbewegen zuguckst. Die Asiatin ohne Arsch. In der Hose. Kann man sich eigentlich hinhocken? Warum ist sie eigentlich... Warum ist sie größer als ich? Was bist du für ein Wesen? Aber man kann, wenn man Berge runterfährt, zwei Meter weit driften. Hauptsache ich kann mich zu den Seiten lehnen. Wo kommst du denn her? Ich bin gerade unterwegs zu der Satelliten-Schlüssel da weiter geradeaus. Oh, die ist ganz schön weit weg. Wo sind die Duschen? Huhu. Okay, das ist die Foto-App. Damit kannst du Bilder machen und teilen. Ja, sogar besondere Momente für das Fotoalbum einfangen. Und falls die Aufnahme misslungen ist, keine Sorge, mit der Zeitleiste kannst du zurück und den richtigen Augenblick finden. Hammer. Guck mal, alle sind größer als ich. Guck mal, alle sind größer als ich. Ah, mal keinen so runter. Ich kann jetzt schon sagen, dass keine einzige Person in diesem gesamten Spiel einen Rock tragen wird. Einfach aus Prinzip. Da, schon wieder Frau mit Hose. Was ist denn ein Problem? Was haben die gegen Röcke? Warum kann ich nicht in den Busch reingehen? Eigentlich sollte es mal, der Prototyp war das Spannerspiel. Man versteckt sich hinter Sachen und guckt einfach um die Ecke immer. Hm, was macht der Schwarze da hinten und der immer hinter dem Zelt hervorlückert? Er guckt hier nur. Ah, ich kaufe mal das Boot, damit ich nochmal zum Fahren komme. Offshore-MK1 Falls du's noch nicht bemerkt hast, jetzt können wir Videos über die Live-App bearbeiten. Öffne einfach die Karte und du findest alle nötigen Tools. Wenn du die Babys postest, bringt uns das jede Menge Follower. Wer braucht schon Follower? So, Fahrer, Aktivitäten. Powerboat-Rennen. Pazifikküste. Blitzrennen. Rennen auf dem Meer sind anders als auf Sehen und Flüssen. Du musst gegen die Wellen ankämpfen. Aber wenn du lernst, sie zu nutzen, sind sie dein bester Freund und tragen dich zum Sieg. Du musst gegen die Wellen ankämpfen. Moment, ich will mal ins Cockpit hier rein. Ich hab leider keine Ahnung, ob die wirklich so aussehen, aber ich glaub bei dem Spiel einfach. Aber in der Perspektive sieht man natürlich gar nichts. Warte auf andere Spieler. Tannopel ist vorbei. Dort weiß nicht, wo Gas und Fänze. Ich hab mich ganz vorne hingestellt. Einfach mal ausprobieren, links und rechts. Gibt's hier überhaupt Bremsen? Es gibt ja nur Schub oder kein Schub eigentlich. Luke, spüre die Macht. Dann wirst du den Boot-Totestern vernichten. Reiß dich zusammen. Du fällst weiter zurück. Da kann ich so nichts. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Einfach gut. Mit diesen Wellen fährt sich einfach gut. Oh, guck mal, wie schön das AIDA-Schiff ist. Ach, jetzt gibt's die Wellen. Diese Wellen tun mir weh. Okay. Ich dachte schon, ich hab State of Decay 2-Orden gemacht. Immerhin noch Vorwilzen. Yeah, keine Follower. Aber Performance-Teile. Nein, ich komm nicht hin zu den Teilen. Ich komm nicht können. Wo geht's denn jetzt lang? Nee, die werden eingesammelt, um die Chance zu geben, dich zu schlagen. Falls sie's können. Und ins Auto. Kann ich das Aussehen meines Fahrers auch noch verändern? Wenn ein Freund einen Rekord aufstellt, postet er ihn in der Live-App, damit du ihn sehen und dann schlagen kannst. Los, ich weiß, dass du das willst. Ich hab keine Teile... Äh, versuche ihn wieder zu schlagen. NoobMoveStyles hat ein Ergebnis in Wassertempo geschlagen. Das ist ja schade für dich. Ja, das ist ja bloßes blöde Puder. Wiegt man nicht trotzdem. Äh, ich verstehe nicht. Achso, das ist eine Herausforderung, die das Spiel irgendwie generiert hat, daraus, dass du hier mit 170 Sachen durchgebrettert bist. Grote Aufgabe in der Nähe, Bären auslese. Halte nach dem Bären Ausschau. Äh. Achso, ich habe einen Follower bekommen, wegen dem Wassersprung. Gerade hat hier neue Follower eingebracht. Mit jedem weiteren kriegst du ab jetzt noch mehr Follower. Wow. Also hau rein. Yeah, was willst du später haben? Follower. Moment. Fahrzeug. Performance. Nein, das will ich nicht markiert. Ich fahre in den Sonnenuntergang. Oder in die Sonne. Was zuerst eintrifft. Aber es sind noch nicht alle Fahrzeuge, die es geben wird, oder? Ich würde jetzt nicht sagen, dass das wenige sind, aber... Was ist das denn? Ducati. Dodge. BMW, wer braucht das schon? Oh Lord. Das ist das Ende. Das Ende der Welt? Ja. Fällst du einfach runter? Das wäre was Schönes. Das ist das Ende der Welt. Schon wieder wo? Ich weiß, normalerweise sage ich sowas nicht, aber bist du dir mit dem Rennen sicher? Und ich sage normalerweise nicht, dass du dir zu viele Sorgen machst. Aber diesmal schon. Alles ist bereit. Bis zum Rennen in Vegas zeigen wir unser Können an neuen Schauplätzen. Und hoffen, der große Sprung bedeutet große Zahlen. Das ist die Idee. Eine solche Location ist ein großes Risiko. Aber wir müssen es eingehen. Eins ändert sich jedoch nie. Guter alter Rennsport gewinnt immer. Natürlich. Das sieht man, wenn so ein Schumacher aufhört zu fahren für Deutschland. Und plötzlich wundert man sich, warum der Nürburgring nicht mehr läuft. Und die ganzen Deutschen nicht mehr dahin fahren. Solerius, du bist nur Vierter. Du bist Sechster. Und? Dafür kann ich nichts. Alle tot. Was war das denn für ein Aufsetzen? Solerius, Sechster Platz ist auch noch frei. Ich bin schlecht im Wasser vor dem Helofan. Ich sage nichts. Scheiße. Lachen ist immer schlecht fürs Fahren. Nein! 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 Ich bin zu oft gesprungen. Scheiße, ey. Nein, es sah so gut aus. Ob du Vierter geworden bist? Ja. Das war scheiße. Ich wollte jetzt nicht. Eure Gefühle verletzen. Ich habe nur Applaus. Das habe ich gedacht. Ich bremse nochmal ab. Kein Risiko, keine Belohnung. So ist das nun mal. Man muss sich entwickeln, um relevant zu bleiben. Und wenn das bedeutet, dass... ...neuer Neuer Ausdragungsort ausprobieren muss. Von Downtown bis hinter die Mitte von Nirgendwo. Dann ist es das, was wir tun sollten. Aber ich weiß, es ist ein Risiko. Es nutzt nichts, neue Fans zu gewinnen, wenn wir die alten verlieren. Die Balance zu finden. Das ist die Kunst. Ich glaube, das waren jetzt auch die Wasserdinger, ne? Ich binbesch à use. Ja. Yang R sebenarsch als ich mehr. Und dann wird das nicht mehr zusammengefëren. Vielen Dank.